ARD Text im Auftrag von Funk Hi Phil? Was ist denn los? Du bist so komisch. Ich hab dich gesehen. Dich und Kat bei dir in der Hütte. Wieso hast du es gemacht? Ich dachte wir irgendwie... Liebst du sie? Ich... Nein. Liebst du mich? Woher weißt du nur, dass... Also das Gefühl, das du für mich hast. Dass es Liebe ist. Ich brauche dich. Brauchen? Die Luft zum Atmen oder wie das neueste iPhone? Das ist unfair. Unfair? Du sagst mir, was unfair ist? Warum denn was verändern? Wir haben noch eine tolle Zeit zusammen. Phil, ich mag dich wahnsinnig gern. Warum können wir nicht einfach so weitermachen? Wir drei zusammen... Das geht nicht. Das geht für mich nicht. Das reicht mir nicht. Verstehst du das nicht? Phil, ich kann mir nicht mehr vorstellen ohne dich zu sein. Ich brauche auch Kat. Ich brauche euch beide. Nikolas, ich kann dich nicht teilen. Ich kann das nicht. Das geht nicht. Aber ich kann das nicht mehr so weitermachen. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Tut mir leid. Will? 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 Liebst du mich? Will, ich kann mir nicht mehr vorstellen, ohne dich zu sein. Vertraue und glaube, es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das war's für heute. Das war's für heute. Vielleicht nur noch mal darüber nachdenkst, mit mir zu reden. Will, ich will nur, dass du weißt, dass ich auf dich warten werde, okay? Wenn's sein muss, dann warte ich auch für immer!